Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge YouTube. Deshalb hier ist gleich jemand mit Ausrufezeichen. Direkt mal anlabern. Das ist da keiner, der irgendwie... Alter, die hat schon wieder so eine Lache des Todes. Handy, wir müssen ein bisschen piepern, weil wir gerade auf einer Party sind. Hier, Dominik, können wir den irgendwie antworten? Ne, der ist ja wieder einsam. Warte mal. Holja, ich hab mich nicht mehr piepern. Wie kann ich piepern? Ich möchte eine Nachricht senden. Heute ist Hashtag Party. Ich weiß noch nicht, ob ich heute feiern gehe. Sorry, du... Die hier. Richtig geile Party. Haben wir dafür nicht 120 Dollar bezahlt? Wir müssen jetzt schon mal so einen Traummann fürs Leben finden. Oder halt die Traumfrau, je nachdem. Ich finde den da glaube ich nicht schlecht. Warum kann ich mit ihm nicht reden? Wie viel ansehen, was bist du? Brady ist auf jeden Fall mein Typ. Ähm, ja. Ich möchte keinen mithabern. Ich habe böse Erfahrungen mit Leuten mithabern. Hashtag Ibiza, der komische Typ an der Bar. Richtig creepy Geschichte. Ich glaube, ich habe dir sogar mal ein Tuchmannhaus mit ihr erzählt. Okay. Ähm, wenn keiner mit uns hier reden möchte, dann gehen wir halt einfach nach Hause. Ja, akzeptieren. So. Unsere Bitchy ist auch wieder da. So. Dann können wir jetzt das Video anschauen. Dann kann ich den wieder können. Ich hätte öffnen. Warum auch? Wir haben über 2 Millionen Views. Krass. So. So. Einmal hier so. Dann hier so runter. Dann, ähm, von unten noch... Ich habe noch keinen Plan zum Videoschneiden, Leute. Wie könnt ihr mir das eigentlich noch antun, dass ich Videoschneiden muss? Komm, wir lassen Copyright raus. Na, das ist halt jetzt gerade echt ein Scheißübergang. Dann machen wir halt das untere Dingsen. Kommt halt auf dem Scheiß. Ja, keine Ahnung. Ach ja, der Computer ist nicht so leistungsstark. Ja. Wunderschönes Video. Hat Layla Tastic was super gepostet. Aber das Event war geil. Oh, ich hätte ein Unboxing machen können. So, ich muss jetzt das erste Mal was aufnehmen. Weil... Unser... Azubi-Tubi bringt nichts. Machen wir den Play. Am unteren PC. Wir nehmen den 1 und starten die Aufnahme. Ja. Auf jeden Fall, die Spiele sehen sehr interessant aus. Und ich würde jetzt echt gerne mal so, ähm, Sachen wie so... Seatwood of Mana oder so spielen. Ich liebe Seatwood of Mana. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in meinem Kopf bin. Ähm... Mit meinen Lieblings-Cheats. Wir sind in letzter Zeit so oft meine Hosen kaputt gegangen. Zwei Stück in der Woche. Und ich wollte nur sagen, ich habe nicht zugenommen. So falls das jemand denkt. Ich habe, glaube ich, die abgenommen statt zugenommen. Weil die Hosen sind einfach kaputt gegangen. Also... Kann mir sinnvoll... Böse machen. Klauen lassen. Ja... Das hier sind die Tür... Alter, das Sound und die Nachbearbeitung explodieren. Das andere nicht so. Ich muss... Da war mir nervig. Das wird so ein abgesacktes Visio. Guck. Okay, jetzt ist die grüne, emotionale Hand. Der emotionale Commentar. Okay, und jetzt hat einer Wind in der Farbe wieder. Boah, wir haben die, die hat den rausgeholt. Ach, damit kann ich alle reinziehen. Er möchte jetzt vielleicht irgendwo mal was machen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie mal arbeiten möchte. Sie fühlt so... Arbeitsfaul. Auf jeden Fall, wenn jemand eine Ahnung hat, wie ich so Emulatoren zum Lauf bringen kann. Und da echt volle Experten sind, muss bitte in die Kommentare schreiben. Und ähm... Keine Ahnung... 30 Ausrufezeichen hinter das ich die noch finde. Boah, ich habe alles erfüllt. Ich bin gut. Ähm... Hier ausblenden. Die beste Aufbruchstheater. Derjenige, der das jetzt anhört und lachen muss, soll sich gekuschelt fühlen. Boah, ab zu bleiben. Hallo, du. Was möchtest du? Party! Wir gehen wohl auf eine Party. Ich sollte eher schlafen gehen, aber Party wird sich da aufnehmen. Was? Orange. Ich habe doch nichts in Orange. Okay, wir gehen wohl zum Event. Äh, und du möchtest du nicht mit einem Video aufnehmen? Sag dir das jetzt schon, dass du mit einem Video aufnehmen soll. Was er jetzt gemacht hat, besser kannst du hier mal zwei Minuten spielen. Und zwar auf den anderen Computer. Deswegen hat die in der ganze Zeit rumgedanzt, die hat nichts zu tun gehabt. Ups. Das ist wahrscheinlich jedem vor mir aufgefallen. Ups. Ja, cool. Jemand wird ein Ausrufezeichen über den Kopf. Allerdings. Boah, ja. Zusammenarbeiten, das hört sich gut an. Da vorne ist es im Shop. Da können wir mal reden, was man so machen kann. Für ein geiles Outfit. Dann kriegen wir wieder einen Kopfhut. Hahaha. Hahaha. Uh, hoffentlich ist es kein Hindernis für unsere Verabredung. Zwinker, Zwinker. Die mit diesen lila Haaren finde ich das schon geil. Ich beschaffe fünf Handynummern. Woher kriege ich Handynummern? Also. Du siehst nicht allzu scheiße aus. Du siehst aus, als wenn du gerne über Geld reden willst. Komm her. Ich hole mir jetzt eure Handynummer. Wie würdest du mir das sagen, nicht wahr? Aha. Okay. Das ist eine Tusse. Und die ist geldgeil. Ah. 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 Aha. Okay. Bekanntschaft für ein bestimmter René. Nummer. Du siehst aus, als wenn du über Partys reden würdest. Kleidungsfälle. Aha. Ja. Geil. Sarah dann verpiss dich. Übers Kochen reden. Zieh dich. Alter. So. Du siehst aus, als wenn du über Pusse reden möchtest. Und von der da mag ich das Kleid. Meine Kleidung ist für dich zu veranschaulich ungemessen. Fick dich doch. Musik. Der hier, der ihr Kleid, das zieh ich gleich aus und nimm es mit. Aber sie möchte sich normal mit uns unterhalten. Das ist schon mal ein Vorteil. Deswegen. Hallo du. Über YouTube. Möchtest du über YouTube reden? Ja, schön. Meine Kleidung ist unangemessen. Aber das kann dir doch mal egal sein für fünf Minuten. Ich möchte dann wissen, wo du dein Kleid her hast. Über Mode kommen. Ja, meine Mode passt dir nicht. Okay. Dann du. Über YouTube reden. Okay. Der mag wohl keine YouTuber. Über Ausgehen. Okay. Alter. Was ist denn das für ein Depp? Abbrechen. Abbrechen. Okay. Der ist kein Zocker. Ja. Hm. Ich möchte über Leute reden. Komm, wir finden noch, wir müssen nicht, wir müssen nicht. Wir machen Musik. Ne, geht auch nicht nach oben. Alter, was bist du denn für einer? Wer ist auch ruhig? Keine Ahnung. Ja, geil. Du magst auch ruhig. Keine Ahnung, was das ist. Ah. Nein, nein, nein. Wer ist auch ruhig? Hm, der Ticket ist alles so bestellt. Okay, ähm... über Geld? Meinst du über Geld reden? Ja. Über Geld würde auch jeder reden. So, und du möchtest bestimmt einen Parkbestimmten. Nein, nein, nein. Ich glaube irgendwie nicht, dass ich diese Mission schaffen würde. Deine Kleidung müsst ihr diese... Veranstaltung unternommen lassen. Mhm. Ja, schön, finde meine Kleidung halt unangemessen. Aber ich möchte über Videospielen reden. Wie schön, dass meine Kleidung unangemessen ist. Es ist schon mehrere hier aufgefallen. Obwohl ich einfach nur nichts Orangenes anhabe. Aha. Ich besitze ja auch nichts Orangenes. Du, möchtest du über Musik reden? Au. Meine Kleidung ist... Halt, hör, kann ich mir hier bitte abhauen? Ich kann mich nicht mehr auf die Scheiße. Ja. YouTuber Sliver. Okay, sie ist weiter im Review dran. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei YouTuber Sliver. Bis dahin, tschüss.